Ich war so entsetzt darüber. Die Jungs haben auf jeden Fall einen richtigen Anschluss von mir bekommen. Hello, hello meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen XXXXL Haul für euch geben. Und zwar habe ich einige Sachen zusammen mit meinen Jungs geshoppt. Dieses Video soll als kleine Inspiration für euch dienen oder es interessiert euch einfach, was meine Jungs sich so ausgesucht haben. Ich muss dazu sagen, wir waren ultra lange nicht mehr shoppen, weder online noch in den Geschäften. Und die haben einen absoluten Schuss gemacht. Das ist Wahnsinn und deshalb war es dringend nötig, dass wir ein bisschen was shoppen. Dazu gibt es heute noch die Geschichte des Tages. Ich habe nämlich so eine Krawatte gehabt, als wir von Frankfurt zurückgefahren sind. Und ich bin immer noch stinksauer auf dieses Geschäft. Erzähle ich euch dann später die Geschichte. Jedenfalls starten wir jetzt durch. Es sind einige Schnapper dabei. Deshalb würde ich euch raten, wirklich mal zu schauen, egal in welchem Geschäft jetzt. Also ich war bei Zara, Adidas und H&M und eben in diesem komischen Laden hier. Und da habe ich wirklich einige tolle Schnäppchen ergattern können. Genau jetzt ist die richtige Zeit dafür. Falls ihr also irgendwas braucht für eure Kinder oder für euch, dann geht auf jeden Fall los. Aber schau dich erst ganz kurz das Video an, als Inspiration eben. Okay, also wir starten durch. Meine Jungs haben sich in diesem komischen Geschäft, über das ich mich so aufgeregt habe und nach wie vor immer noch aufrege. Das ist genau auf der Zeil im Mai-Zeil. Nennt sich Anson's Herrenhaus. Keine Ahnung, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber die Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde, bekommt ihr auch in allen anderen Geschäften. Und zwar hat sich der Gianluca ein T-Shirt ausgesucht von Marco Polo. Das ist ein ganz normales Basic-T-Shirt hier für 19,99 Euro, 95, Entschuldigung. Und das Ganze dann noch in schwarz. Ich sage euch deshalb die Preise jetzt einfach mal dazu, weil, ja, da noch die Schnäppchen kommen, wie gesagt. Und der Preis ist da ja dann doch immer sehr entscheidend. Also mir geht's so. Also erst mal hier noch dieses Basic hier. Das hat dann für eine Größe, das ist M, das war jetzt für Moritz, auch 19,95 Euro. Und dann hat er sich noch ein T-Shirt ausgesucht, da habe ich ihn echt erst mal so angeschaut, so okay, dein Ernst. Das hat nämlich tatsächlich 39,95 Euro gekostet. Also sehr, sehr teuer. Aber der Moritz hat tatsächlich nicht so viel im Kleiderschrank und deshalb, ja, sei es ihm gegönnt. Unterwäsche haben sie noch bekommen. Hier, diese Boxershort, die tragen sie am liebsten. Die sind auch so unfassbar teuer. Es ist unglaublich. Aber auch hier, es sei ihnen gegönnt. Also gut, jetzt machen wir aber mit den Schnäppchen weiter. Weiß gar nicht, ob ich hier mit Adidas weitermachen soll. Tada! Also, passt auf, meine Lieben. Und zwar war ich am Schauen und meine Jungs eben, als wir uns dann an der Kasse wieder getroffen haben, hat der Gianluca denselben Pulli in der Hand gehabt wie ich, den ich für mich ausgesucht habe. Und zwar diesen hier. Das ist eine Zusammenarbeit mit den Simpsons. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Schaut mal. Mega, mega cool. Und vor allen Dingen ist der von 80 Euro reduziert auf 40 Euro. Ja, der ist auch ganz, ganz kuschelig. Innen natürlich jetzt nicht für diese Jahreszeit. Aber, ja, das schlechte Wetter oder die Kälte wird definitiv kommen. Schon bald wahrscheinlich. Jedenfalls auch für zu Hause zum Chillen. Mega cool. Ich kann euch jetzt nur einen zeigen, weil der Gianluca seinen heute schon in der Schule anhatte. Ja, wie gesagt, es ist recht kalt. Dann hier dieses wunderschöne T-Shirt für den Lissandro. Oh mein Gott, ich finde das so schön. Das hat er auch hier so sich selbst ausgesucht für 15 Euro von 30 Euro. Also das musste definitiv mit. Richtig, richtig schön, wie ich finde. So, dann hat der Gianluca sich noch eine Jogginghose ausgesucht. Die hätte ich am liebsten auch für mich gehabt, aber in meiner Größe gab es die nicht. Blende ich euch mal ein, wie die aussieht. Die hat er eben heute auch angehabt. Ja, es hat gestern so heftig gestürmt und gehagelt, was auch immer. Also ich frage mich echt, wo der Sommer ist. Deswegen muss man im Juni so Pullis tragen, ne? Auch genial. Also gut, wir machen weiter mit H&M. Jetzt kommen die mega Schnäppchen. Also einmal hat sich der Moritz hier diese kurze Hose ausgesucht. Für, jetzt Achtung, 15,99 Euro von 19,99 Euro. Fand ich richtig gut, also so, ne? Zum Chillen für zu Hause. Der Alessandro hat sich eine Badehose ausgesucht. Diese hier. Fand ich auch richtig schön. Auch hier wieder reduziert für 9,99 Euro. Kann man auch nichts sagen, ne? Für eine Badehose richtig schön. Von 14,99 Euro. Ist der Alessandro jetzt unter die Skater gegangen. Total lustig, weil er ja früher immer diese Skinny-Jeans getragen hat. Also ganz eng, ne? Richtig schön. Haben mir sehr gut an ihm gefallen. Aber jetzt müssen die Hosen sehr weit sein. Am besten unterm Po. Und dazu hat er sich jetzt eben neue Hosen ausgesucht. Unter anderem diese hier. Finde ich auch vom Stoff her total schön. Aber die ist halt einen Kilometer zu groß. Muss man aber so tragen, wenn man Skatern ist, ne? Ist klar. Für 8,99 Euro. Voll der Schnapper von 17,99 Euro. Ich habe übrigens später noch einen Tipp für euch. Jedenfalls machen wir weiter. Kurze Hose für den Moritz richtig schön. Also die gefällt mir besonders gut. Vom Stoff war die reduziert. Ich glaube leider nicht. Aber 14,99 Euro ist auch super. Und wird definitiv auch noch im nächsten Jahr getragen. Das sind so Basics. Also finde ich, kann man immer tragen. Diese kurze Hose durfte dann auch noch mit für den Moritz. Die hat gekostet 19,99 Euro. Am Ende sagt mir dann jemand den Betrag, den ich bezahlt habe. Hatte ich mal gelesen unter einem Video. Das war ein ganz böser Kommentar von jemand. Unter einem Video. Die hat sich ganz viele schöne Beauty-Sachen gekauft. Aber nur High-End-Sachen. Es sei ihr gegönnt. Wie kann man denn da die Preise ausrechnen? Es geht doch keinem Menschen eigentlich was an. Vor allen Dingen muss derjenige ja dafür arbeiten. Also ich muss dafür arbeiten. Ich sage euch die Preise wirklich nur deshalb dazu, dass ihr euch orientieren könnt. So, also hier noch diese kurze Hose. Für 14,99 Euro ist auch ein Basic. Also finde ich, kann man schön jedes Jahr tragen. Hier in dem Fall mit einem schönen Hemd zum Beispiel, einem hellblauen oder mit einem T-Shirt. Dann ist man schick angezogen. Socken dürfen in diesem Haus nicht fehlen. Also bei vier großen Kindern, sage ich jetzt mal Teenager, Heranwachsender, jeden Tag frische Socken, so wie bei allen Menschen wahrscheinlich. Also ja, da braucht man wirklich viele Socken, weil sonst bekommt man das nicht in den Griff. Also meine Waschmaschine läuft ja trotzdem am Tag mindestens einmal, wenn nicht zweimal. Aber Socken ist immer Mangelware bei uns. Ja, und deshalb hier für die großen Jungs und für den kleinen Mann diese hier. Die fand ich so süß hier mit Tweety. Schaut mal. Tweety ist ja übrigens männlich, oder? Habt ihr mir das gesagt? Ich glaube auf Instagram hat mir das jemand gesagt. Das ist, ich dachte ja immer, das wäre ein Mädchen dabei. Das ist scheinbar ein Junge. Keine Ahnung, habe ich nicht so genau nachgeguckt. Und jedenfalls durften die für den Liem mit. Für den Liem habe ich dann noch diesen süßen Sommerhut hier gekauft. Der war leider auch nicht reduziert. Aber der musste mit, obwohl ich wirklich viele schöne Hüte habe von den Jungs. Aber der hat es mir irgendwie voll angetan. Und der sah so süß damit aus. Wir mussten den übrigens auch ziemlich lange beschäftigen, weil die Jungs ja am Suchen waren. Und ja, da hat er sich noch einen Pyjama ausgesucht von Feuerwehrmann Sam. Also eigentlich ist es nicht direkt von der Marke, aber er sieht halt aus wie ein Feuerwehrmann. Und er liebt ja Feuerwehrmann Sam. Ich blende euch mal ein, der ist gerade in der Wäsche, der Pyjama. Ich finde ihn so hässlich. Aber ich habe ihn gekauft, damit er zufrieden ist. Und glücklich hat ihn auch direkt dann schon angehabt und ist die ganze Zeit durch den Laden gerannt und hat den ganzen Laden irgendwie unterhalten. Egal. So, wir machen weiter. Und zwar, ja, hört ihr es? Das Auto im Hintergrund. I'm fine. Okay, hier diese Jogginghose hier. Hat sich der Moritz noch ausgesucht? Hallo. Okay, es reicht. Hallo. Moment. Sorry. Es geht voll lang, das Lied da. Es geht noch weiter. Oh mein Gott. Also, habe ich euch jetzt die Hose hier gezeigt. Die hat sich der Moritz ausgesucht. Hier zum Chillen für jeden Tag zwischendurch. Keine Ahnung. Er zieht sowas sogar in der Schule an. Ich werfe dieses Auto gleich zum Fenster raus. Oh Gott, ist das anstrengend. Also, hier diese Jogginghose. Dafür habe ich bezahlt 14,99 Euro. Jawohl. Jetzt kommen wir zum absoluten Schnapper. Also, da habe ich mich so gefreut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Schaut euch mal bitte an, wie schön diese Hose ist. Die Qualität ist absolut bombastisch. Mega, mega Schnapper. Wirklich. Und zwar von 49,99 Euro auf 20,99 Euro. Ich habe mich so gefreut. Habe ich schon erwähnt, ne? Zweimal. Aber ich muss es einfach nochmal sagen, weil ich die so schön finde. Die ist für den Moritz gedacht. Ja, also hat er sich ausgesucht tatsächlich. Also, ich bin denen nicht die ganze Zeit hinterher gerannt, ne? Das haben die schon alles alleine gemacht. Dann hat er sich noch hier diesen Hoodie ausgesucht. Der hat gekostet 24,99 Euro. Ja, zum Chillen, für die Schule oder wann auch immer. Ja. Und jetzt noch eine Hose, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Die hat sich der Lissandro ausgesucht. Wie gesagt, mein kleiner Skater. Schaut mal. Die sieht so aus. Ich finde die überhaupt nicht schön. 19,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Jawohl. So. Diese hier. Und von Zara habe ich hier noch ein Paket erhalten. Heute Morgen. Die Sachen habe ich online gekauft. Komme ich ganz kurz noch zu dem Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr auch etwas kleinere Kinder habt. Ich habe das früher bei meinen Jungs auch immer so gemacht. Ich habe online geschaut. Gerade jetzt, wenn die Sachen dann im Sale waren. Ja, Sommer- oder Winter-Sale. Einfach schon im Voraus gekauft. Also, ich habe jetzt für den Liam eine sehr große Bestellung aufgegeben. Die Sachen sind leider nicht da. Sonst hätte ich sie euch sehr gerne gezeigt. Pullover, Hemden, Kurzarmhemden. Einfach für nächstes Jahr. Von der Größe her kann ich sehr gut abschätzen. Also, bisher hat das immer super gut geklappt. Manchmal kaufe ich zwei, drei Teile. Manchmal sind mehr dabei. Manchmal finde ich gar nichts. So, ich freue mich dann jetzt aber im Herbst, wenn er dann diese schönen Pullis hat. Oder im nächsten Jahr dann eben die Hemden. So war es nämlich jetzt dieses Jahr im Sommer. Ich hatte letztes Jahr schon einige Hemden für den Liam im Sale gekauft. Die jetzt perfekt passen. Ja, und dann habe ich irgendwie nur 9,99 Euro anstatt 24,99 Euro. Jogginghosen habe ich ihm jetzt einige gekauft. Auch schon für den Herbst. Die hätten gekostet zum Beispiel 17,99 Euro. Ich habe 9,99 Euro dafür bezahlt. Und ja, so kann man einfach Geld sparen. Und freut sich dann eben, wenn es soweit ist, wenn die Sachen passen. Denn, ja, er braucht so einfach auch, weil er ja auch wächst. Machen wir mal weiter hier. Online, wie gesagt, habe ich für mich ein bisschen was gekauft. Und zwar diese Jeanshose hat mich angelacht. Die war auch reduziert. Ich glaube auf 19,99 Euro. Da stehen jetzt noch die regulären Preise. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat sie mich angelacht. Ich fand die mega schön. Und zwei Kurzehosen habe ich mir noch gekauft. Die waren auch reduziert. Da fand ich den Stoff besonders schön. Und vor allen Dingen die Machart. Sehr schick. Habe ich Größe S genommen für... Der Preis stimmt nicht. Oder stimmt der? 19,95 Euro. Und dann noch diese satte Hose hier. Die ist dann für den Sonntag, ne? Nein. Spaß beiseite. So. Bevor das Video jetzt zu lange wird, erzähle ich euch noch ganz kurz die Geschichte des Tages. Ich habe es auf Instagram ganz kurz angerissen. Und zwar war ich ganz kurz im Mango. Habe für mich vier Teile geschoppt. Knapp 100 Euro habe ich dafür bezahlt. Bin zurück zu den Jungs, die sich die T-Shirts ausgesucht haben in diesem Laden da im Mai-Zeit. Und wollte dann bezahlen. Habe ihnen die Taschen gegeben. Also die Tüten von H&M und meine Mango-Tüte. Habe bezahlt und sehe die Boxer-Shirts. Gehe ich nochmal zurück, bezahle noch die Boxer-Shirts. Und dann rufe ich die Jungs. Die waren weiter weggesessen. Und so ein bisschen ums Eck. Die stehen auf und kommen auf mich zu. Wir verlassen den Laden und fahren nach Hause. Ja. Und ich habe mich total über meine Sachen von Mango gefreut. Ich habe die Sachen dort nicht anprobiert. Mir war da definitiv zu viel los. Die Jungs haben sich auch nichts anprobiert. Wird man dann sehen. Also man kann es ja ganz kurz abschätzen. Man kann es eins, zwei, drei. Jetzt spreche ich ja ein bisschen schnell. Man kann es ja ganz gut abschätzen, ob die Sachen passen oder nicht. Dann kann man sie ja immer noch zurückgeben. Jedenfalls waren wir dann zu Hause. Es war sehr spät. Ich glaube, wir waren erst um halb zehn zu Hause. Ja, italienische Mama. Egal. Anderes Thema. Jedenfalls habe ich mich so über die Sachen von Mango gefreut. Aber ich war so kaputt und dachte mir, komm, morgen in der Früh schaue ich mir die Sachen in Ruhe an und probiere sie dann an. Und die Vorfreude war einfach zu groß. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Jedenfalls wollte ich am Sonntagmorgen dann die Sachen anprobieren und habe die ganze Zeit diese Tüte gesucht. Bei diesen Tüten hier, die eben hier stehen. Wo ist diese Tüte? Leute, wo habt ihr die Tüte hingestellt? Ja, die ist vielleicht noch im Auto. Wir sind mit zwei Autos gefahren. Auch andere Geschichte, lange Geschichte. Egal. Schaue ich in beiden Autos. Die Tüte ist einfach nicht da, ne? Dann habe ich das Ganze rekonstruiert. Haben die einfach meine Tüte in diesem Laden stehen gelassen. Unglaublich. Ich war so sauer. Ich war so entsetzt darüber, dass sie nicht mal auf eine Sache von mir aufpassen können. Denn eigentlich ist es ja immer so, dass... Also man nervt ja die ganze Zeit die Kinder. Und pass bitte auf. Und hast du das? Hast du das mitgenommen? Denk bitte daran. Und dann ziehen sie ein Gesicht, ne? So. Da habe ich mir gedacht, okay, ich sage gar nichts. Das werden die schon gebacken bekommen. Lassen die einfach meine Tüte stehen. Ich habe echt gedacht, ich stehe im Wald. Stinksauer. Und ja, ich meine, ich habe ja währenddessen deren Sachen bezahlt, ja? Es war ein Auftrag. Einfach nur auf meine Tüte aufzupassen. Naja. Egal. Warum habe ich mich hier über diesen Laden aufgeregt? Die ganze Zeit ist keiner ans Telefon gegangen. Wenn man dann aber zur Uhrzeit anruft, wenn das Geschäft öffnet. Scheinbar öffnen sie erst nach 10. Keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit vor 10 angerufen. Ist Freizeichen. Ruft man um 10 an, um 11, um 12, um 1. Geht einfach keiner dran. Es geht einfach keiner dran. Es ist die ganze Zeit besetzt. Was auch immer. Ich reg mich so auf. Ich hätte nämlich ganz gern gewusst, wo meine Tüte ist. Und ja, wahrscheinlich werde ich eine E-Mail hinschreiben. Ich weiß es nicht. Oder es hat sich einfach jemand gefreut über den Einkauf. Wird ihn zurückgeben. Denn der Kassenzettel ist natürlich in der Tüte. Ja. Habe ich jemanden glücklich gemacht, ne? Passt schon. Alles gut. Alles gut. Und die Jungs haben auf jeden Fall einen richtigen Anschluss von mir bekommen. So, meine Lieben. Das war die Geschichte des Tages. Das waren die Sachen, die wir gekauft haben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir bitte alle gesund. Passt gut auf euch auf. Und dann bis zum nächsten Mal. Und passt auf eure Einkäufe auf. Gebt die bitte nicht euren Kindern. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.